Unsere moderne Praxis finden Sie zentral gelegen im Städtli-Laufen. Parkplätze sind gleich bei der Praxis. Diese ist vollrollstuhlgängig. Von der Vorbeugung, der Behandlung von Jugendlichen, Erwachsenen und Senioren bis zu speziellen Laserbehandlungen und Implantatrekonstruktionen bieten wir das ganze Spektrum zahnärztlicher Leistungen. Auch Notfall- und Angstpatienten fühlen sich bei uns wohl. Untertitelung des ZDF für funk, 2017